Da kamen wir doch gerade her. Da wissen wir, geht es nicht weiter. Aha. Aha. Wo geht es denn jetzt da lang? In Ordnung. Alter. Hier hoch? So, jetzt bin ich hier und jetzt? Bin ich genauso schlau wie vorher? Vermutlich bin ich jetzt den völlig falschen Weg gelaufen, ne? Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich muss ich einfach nur da irgendwie weiter. Und nicht hoch, sondern da runter irgendwo. Und wenn es hier runter geht, dann... euhm, das ist ganz super. Hier hoch So kommen wir, glaube ich, da rum Ja, aber hier geht es jetzt dann auch schon wieder nicht weiter Jetzt sind wir wieder hier Also es darf doch nicht wahr sein Das ist doch jetzt echt ein Mist Geht es hier noch irgendwo lang? Aha So Hier geht es lang, Alter Das muss einem doch auch gesagt werden Okay Super Ah ja, okay Okay So Jetzt sind wir hier Jetzt geht es hier weiter Hier lang Boah, was ein Eck Oh shit Boah Boah Da geht es Da geht es weit Weit runter Wow Wie der sich immer freut, ne? Ja Das hat ja auch mal was von der Kletterei hier Ah, ich glaube, das war der falsche Weg Und wir müssen da rüber Alter, was eine Kletterei, ey Komm da oben, genau Der müsste eigentlich Oberarm haben wie ein Preisboxer hier Nathan Brains Verdammt Ich weiß bloß nicht, wo ich hin muss Ah ja, Achtung, an der ist eine Wand Oh, übel Gut Gut Das war vermutlich nicht das optimalste Okay Okay Er klärt nochmal hier hoch Ah ja, was haben wir hier? Nicht sehr beruhigend Was steht da? No quarter for thieves Krass Okay Gehen wir hier mal runter Denkmal, ne? Boah Himmel So 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 Mal da rein Ah, da liegt was Ein Fernrohr Da wird's hell Okay Hier geht's aber nicht raus Doch, da oben geht's auch raus Es hilft auch mal nach oben zu schauen So Jetzt vielleicht hier hoch So Da lang Bist du da hochklettern In den Stiefeln Haha Oh, alter Den brauchst du bestimmt nicht Ah, sie haben einen Kletterhaken aufgenommen Nach einer parösen Oberfläche greifen Ah ja, sehr geil Das geht Natürlich geht das Sehr geil Ah, Mist Okay Ja, perfekt Perfekt Und wo jetzt lang? Wow Vermutlich da rüber Das hat ein bisschen was Von Tomb Raider Hahaha Oh Boah, was hier Mücken rummachen Warum fliegen hier so Mücken rum? Sehr ekelhaft Boah, ob das auch mal wieder aufhört Mit der Kletterei Na, komm runter So, genau Oh, scheiße Wow Shit 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 Wie kriege ich die Typen denn jetzt erledigt? Ah ja Okay Verstehe Da kommt einer Da kommt zwei Mann getroffen Mann getroffen Wir haben Gesellschaft Verteilen wir uns, Leute Genau, verteilt euch mal Okay Springen die da jetzt alle runter Oder was, die Knetköpfe So Genau Komm mal her Komm her Sag hallo Sehr schön Muhahaha Das wär jetzt halt genial Wenn ich's schaffen würde, die alles so auszuschalten Jetzt kommt der andere da rüber Ja, komm Komm hier rüber Ja, sehr schön Bisschen brav aber, Junge Sehr nice Ah, und eine Handgranate Sehr gut Es wär jetzt echt überragend, wenn ich die alle hier so leise ausschalten könnte Da unten läuft noch einer Das ist der einzige noch, ne? Der Rest müsste ich schon platt gemacht haben Ah, jetzt kommt der Jetzt ist er schon da drüben Sehr cool Komm her Komm Ja, vielleicht krieg ich ihn auch so Ja, Moment mal So Jetzt müssten sie alle gewesen sein Oder? Es scheint wohl so Hat doch einer Ja, komm her Sieh mal hier drüben noch Ob der wohl kommt? Hm Ich glaub hier rüber kommen Den hat Was ist denn der andere? Der ist da hinten Ich glaub, wenn ich den jetzt so eiskalt ausschalte Merkt ihr das nicht? So macht man das Shit, wo ist denn da noch einer? Wow Dette war knapp Da unten laufen noch Meine Fresse Richtig schöne Stealth-Mission So was lieb ich ja Wie die Hölle, ne? Die krieg ich niemals alle so ausgeschalten Also da sind wir noch eine ganze Menge Ich glaub, die krieg ich so nicht Hm Was tun? Ah, da unten ist auch noch einer Okay, vielleicht muss ich da rüber kommen Wenn ich es schaffe, da runter zu kommen Steht ihr? Da, wo die zwei Typen da jetzt rummachen Der springt jetzt da rüber Und der Ja, genau so Sehr geil Da oben rennen sie noch rum Das muss ich bloß beide Seiten im Auge behalten Irgendwann kommt hier so ein Kasper garantiert wieder vorbei Sag ich doch Da ist doch einer Mehr? Kommt zu mir Kommt zu Papa Die Knarre ist besser So Nummero zwei Ah ja Da oben kommt wieder einer Komm Uh Nummer drei Wir haben noch 1, 2, 3, 4. Wir müssen hier nicht mehr sein, ne? 4. Genau. Ich glaube, die schaffen es auch nicht hier rüber, oder? Ja, komm mal her. Komm her. Komm doch mal her, Junge. Wo ist denn noch einer? Ja, komm. Zeig dich. Zeig dich. Ah, da kommt doch einer. Komm mal an den Rand. Ja, komm her. Okay, wo ist der Arsch? Moment. Hier drüben! Shit! Das wollte ich vermeiden. Ach, Mist! Das war's, Mir. 1, 2, 3, 2. do savolg mit dem Scheik. Wenn es ihr kommt,